Hallo! Hallo! Kommt hier auf, schnell werden! Genau, hopp, 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 hopp! Jawohl, weiter! Super, sehr gut! Recht! Hopp, hier! Mach hier schneller, Jungs! Mach hier schneller! Hopp, sehr weg! Die Hände rechts links, hopp, links rechts und hier raus. Aber bitte hier, Ball, nicht hier rollen. Dann inimseite Ball, nach hinter ziehen, mit Zolle, rechts, Körper. Ich stehe hier in Richtung, hopp, 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 hopp! Zwei Kontakte, danach schneller Kontakt, Abkörper, nicht mehr, auf! Das geht, hopp, hopp! Stoppen, mit Solli, Außenseite, stoppen, Außenseite, stoppen. Rest die Fuß, ich mach hier, V, hinter, recht, V, vorne, rechts, links die Fuß, V, hinter, V, vorne, rechts die Fuß, V, hinter, V, vorne. Geh in die Richtung, dein Tücher kommt, E, Auf, wenn du hier, leicht, links die Fuß, und nicht so, und nicht so, das klappt nicht, der Herz, dein Maul, hier, eins, ab, hier Richtung, hier Richtung, hier Richtung, habt ihr gesehen, ich steh hier, ich mach so, in die Richtung, glatt hier, V, dann geht hier leichter. Nochmal, lass, jetzt hier die Dänen, hier die Länge, ganz einfach, ich übe. Okay, mein Ziel jetzt hier ist, die rechte Seite, das macht recht links, mein Ziel links rennt, mein Ziel rennt links und hier raus, okay? Wann sollen jetzt rutschen die Beine? Wann sollen die Hände rutschen? Wann sollen die Hände rutschen? Kapieren? So, eins, zwei, stopp, rechts, rechts links, ganz klar. Stimme, mach mal, also zwei Mal, so, holi, eins, zwei, raus zur Seite, fern. Wett�, jetzt sind nach rechts die Seite, und 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10.... Hopp und dann kommt, kapiert's? 1, 2, 3, leg es back! 1, 2, 3! V mit rechts, vorne, V mit rechts. Hinter, links, rechts, abwechselnd, Säule, Außenseite. Vorne, hinter, abwechselnd, Außenseite. Vorne, hinter, abwechselnd, Außenseite. Eben, außen. 1, 2, 3! Wenn ich auf dem Boden gehe, linken Fuß auf, nach links, der Ziel. 1, 2, 3, hopp! 1, 2, 3! Mehr von rechts und rechts, rechts, nach links, rechts, Ausenseite. Link raus! Ein, zieh jetzt hier, linke Seite, ein, rechts, 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 links und links, macht vorne, aus, dann hier, ein, zieh raus, hier, links, eins, zwei, drei, und hier raus! Ich stoppe überall mit, links, sorry, Auswahlschritten nach links, aus der Seite, jetzt hier, mein Zeris, eins, ich stoppe überall mit, links, sorry, Auswahlschritten nach links, aus der Seite, jetzt hier, mein Zeris, und hier ist die Trainer Apfel von Werner Listoch. 1er-2-2, in 1er-3, 1er-2, sechs, links, links. Rechts, innen Seite, innen Seite. Zerri mit links. Und los, hopp, hopp, hopp. Und ich rege mich innen Seite, innen Seite. Hier ist Zerri mit rechts. Rest, innen Seite. Jawohl, links. Und hier raus. So, ich mach hier. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3. Ich mach hier jetzt hier. Drei, du schickst dich mit links. Kapieren? Drei. Also hier schnappt einer, jetzt mach hier zwei und jetzt mach hier drüben. Nr. 1, ich mach hier V vorne mit rechts die Fuß. Ausfallschritt. Drei, ich mach hier. Ausfallschritt. Drei, ich mach hier. Gleich, jetzt Übung. Einfach. V vorne, V hinter. Drei. V hinter. Ausfallschritt. Wenn ein Spieler hier steht, dann ich wache die Einwesen, ich komme zum Ege und dann ich mache einen Auswahlschritt. Los geht's, hopp! Komm, 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 komm! Genau, jetzt dran, hopp! Komm wieder, Auswahlschritt, hopp! Super! Ja gut, klatsch, klatsch! Hopp! Komm wieder! Der Auswahlschritt! Hopp, hopp, hopp! worlds 1 All 1 Fürs Wenne sehr! Du lügst, Tag Nice preço48 2 Du lügst, Podium! Du lügst, Moi Zug��!